Dann wollen wir mal lernen. Oder müssen wir lernen. Ähm, was überhaupt? Was überhaupt? Was überhaupt? Okay, das war... Das war... Das war... Das Chaos-Drama. An diesem Schreibtisch kannst und wirst du nichts lernen. Überlegt Zeug rum und Unterlagen, die nichts, aber auch gar nichts mit deinen Lerninhalten zu tun haben. Chips-Tüten, Schmierzettel und und und. Es ist einfach maximal unproduktiv. Entferne zunächst alle unnötigen Elemente, wie Deko-Kram. Schmeiß am besten alles in den Müll, was geht, was du jetzt im Moment nicht brauchst. Oder entferne es zumindest erstmal vom Schreibtisch. Schmeiß auch alle Süßkram und Getränkebehälter weg, um dich zu strukturieren. Denn, um strukturiert lernen zu können, brauchst du einfach eine strukturierte Arbeitsatmosphäre. Und genauso gehört auch ein strukturiertes Outfit dazu. Warum ein Outfit? Weil, wenn du jetzt im Jogger und Unterhemd da sitzt und anfangen willst zu lernen, bist du unbewusst schon im Chiller-Modus. Und ganz ehrlich, so gehst du ja auch nicht zur Uni oder zur Schule. Also, zieh dir was Vernünftiges an und du merkst direkt, du hast ein ganz anderes Mindset. Papi, ja, Papi. Papi, ja, Papi. Bleistift. Bleistift. Das Materialdesaster. Klare Gedanken sollten auch klar dokumentiert werden. Und dafür brauchst du Material. Je nachdem, was du lernen willst, natürlich etwas anderes. Für Deutsch ein Duden, für Geometrie ein Geodreieck oder für Rechnungswesen Konten und Rahmenpläne. Du weißt ja selber, was du jetzt lernen willst, also organisiere vorher alle nötigen Unterlagen. Das klingt jetzt erstmal banal, ist aber ein super Zeitfresser, wenn du es nicht machst. Denn wenn du erst in der Aufgabe anfängst, deinen Taschenrechner zu suchen und findest ihn nicht, dann ist die Gefahr riesengroß, dass du unkonzentriert und abgelenkt wirst. Das sind Medien-Dilemma. So wichtig wie Medien heute auch fürs Lernen geworden sind. Versuche beim Lernen komplett auf Medien wie iPads, Laptops und so weiter zu verzichten. Wenn du eine Smartwatch hast, zieh sie einfach aus und leg sie weg. Schalte dein Smartphone auf Flugmodus, aktiviere den Nichtstören-Modus oder mach es einfach direkt aus. Lass den Fernseher aus und isoliere dich einfach mal für 2-3 Stunden komplett von allen. Und mach das konsequent. Entscheide dich entweder fürs Lernen oder fürs Rumgammeln. Aber gammel bitte nicht mit schlechtem Gewissen vor den Lernunterlagen und lern im Schneckentempo irgendwie ganz langsam vor dich her. Das bringt dich nicht weiter und macht maximal, maximal unzufrieden. Also entweder Hirn aus oder Handy aus. Das Food-Fiasko, sich unser Gehirn auch während einer Lernsession ausreichend mit Nährstoffen und Flüssigkeiten zu versorgen, ist für die Aufrechterhaltung deiner Konzentrationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit mega wichtig. Das hier ist allerdings Bullshit. Denn fette ja, aber besser mehrfach gesättigte Omega-3-Fettsäuren. Und anstatt den kurzkettigen Kohlenhydraten, nimm doch besser Langkettige. Wie das geht und worauf du achten musst und wo du die leckeren Rezepte für dein Buenfood herbekommst, das zeigen wir dir hier. Die falsche Ehrgeizfalle. Du musst noch eine ganze Menge lernen, fängst an und findest einfach kein Ende. Deine Konzentrationsfähigkeit lässt nach und irgendwann lernst du im super Schneckentempo und bist mega fertig. Mit der Welt aber nicht ansatzweise so weit gekommen, wie du dir das vorgenommen hast. Ging uns auch oft so. Zum Glück gibt es aber dafür eine Lösung. Für dieses Problem heißt die Lösung Pomodoro-Technik. Auch dazu haben wir dir hier ein kleines Video vorbereitet, in dem du siehst, wie diese Technik funktioniert. Sie verhindert das Absinken deiner Leistungsfähigkeit und erhöht deine Lernleistung signifikant. In 25-minütigen Mini-Sessions hast du kleinere Lernziele, die dann kumuliert dein großes Lernziel wiedergeben. Und du schaffst deutlich mehr in weniger Zeit und bleibst motiviert und leistungsfähig. Jetzt kennst du die Big Five der Lernblockaden. Vielleicht hast du dich auch in einem oder anderen Punkt erkannt. Uns ging es ähnlich und wir haben Lösungen gefunden und die hast du jetzt auch gesehen. Uns würde aber mal interessieren, welche Lernblockade von diesen fünf war deine Lernblockade? Schreib es doch einfach gerne mal in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat oder du jemanden kennst, der eine dieser Lernblockaden auch hat oder schon mal darin verfällt, dann schick ihm doch einfach dieses Video, teile den Link und vor allem abonniere unseren Kanal, damit du auch in Zukunft immer auf dem neuesten Stand bist in Sachen BWL und vor allem Psychologie. Bis zum nächsten Mal.